Das gibt es nicht! Hier ist der Schalter, den ich gesucht habe. Und ich habe eben gerade den gefunden. Einfach nur auf der anderen Seite. Entweder war ich jetzt total blind und habe einfach nur ein Feuer gesehen, oder ich bin da jetzt einfach nur vorbeigelaufen. Oder es war wirklich ein Feuerchen da, aber das glaube ich am wenigsten. Äh, was wollte ich jetzt nochmal? Da. Oh, Entschuldigung. Mein liebes Fräulein Siscilia. Warum zum Geier bist du ungenietet? Ich verstehe gerade nicht. Ja. Ich verstehe gerade nicht. Ja. Da. So. So. Bevor wir aber irgendetwas machen... Nein, dann ist da. Hm. 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 Nanananana. Nananana. Mal eben gucken. Hallalala. So, ich gehe mal eben kurz hier wieder komplett durch, damit ich einen kürzeren Weg habe. Dennoch gab es ja noch zwei Kisten, zwei Kisten, die versperrt sind und diese Kisten sind nun freigelegt. Wie man das hier jetzt definitiv bewerben sollte. So. Da da da, da 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 da. Nein! Ich weiß nicht, dass ich das hier kürze. Nein! Neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2ivo Ah kackerte Seite Das war's für heute. Ach, check das haben wir eben da aufgestiegen, super. So, jetzt aber mache ich das hier und los geht´s, später wird´s schöner, wenn ich die reignete Seite machen, ja, und dann geht´s nämlich los hier. So, jetzt geht´s noch mal. 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 Hier habe ich einmal ein Wappenbild und ein zweites Wappenbild. Sehr schön. Und jetzt gehe ich wieder dorthin. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann bei der besagten Stelle bin, wo ich jetzt weiter gehen kann, also bis gleich. So, da bin ich auch wieder frisch gestärkt. Jetzt nicht, aber egal. Ja, ich weiß, ich muss eigentlich was zu kriegen. Ich muss einfach nur die Bomben in die Reihe. NEIN. Oder auch so Bosskampf Digimantis Beziehungsweise Gigamantis Äh Hünders Monument Ach, ich glaube, ich weiß, was das ist Heilklinge Was ist das, glaube ich Du gehst an Du machst steufe Sachen Du machst Blast Angriff ohne Rüstung Gegen Root Ha Das war Heilklinge Status und TP Wiederherstellen Ähm Ja, du gehst an Du machst Waffen-Shit Und dann Ja Da das Vieh so ziemlich Erdmäßig aussieht Mantis fast Kümmern wir uns doch einfach mal mit Vortex Oh, es geht War jetzt kein War jetzt nicht die Schwäche, aber Naja So, äh Du nutzt Beschleuniger mit Meteorsprung Du nutzt Normal Angriff Du könntest Im Grunde genommen Heilen Aber du machst mal Feuer Meteorsprung Das zieht doch mal ab Das Vieh zieht aber auch gut ab Das ist ja überhaupt gegen Zauberallergisch Ähm Beschleuniger Ähm Du machst Waffen-Shit Äh Kurzer Cut Bis gleich So, da bin ich doch wieder Ihr habt eigentlich nichts verpasst Außer vielleicht, dass ich, äh Ja Ihr habt eigentlich nichts verpasst Das, was ihr verpasst habt Mantis fast Wie sieht es auf dem Freeze So, Meteorsprung Ein weiteres Mal Er macht ja gut Schaden Mantis fast Ich glaube, das sollte Rudi Grafton Im nächsten Mal Heilen Jo, das macht gut Schaden Handgranaten Oder was auch immer Das Handgran So Ja, du machst mal Heilung Obwohl, du könntest Tricksal mal versuchen So, Rudi Du machst Was machst du mal Ja, du heilst dich mal so ein bisschen selbst Äh Was für Runen Habe ich eigentlich Todesruhne Heiligruhne Gipfelruhne war das auf jeden Fall So, äh Patrikse Du machst Nein, du heilst dich Genau Und Und Du Die hat nur 19 MP Aufgeschlägt Äh Ja, nun muss man Heiligruhne für alle Ich glaube, aber der hat nichts Ja, hat nichts Oh, Rudi Du kriegst doch nie Ja, ganz schön eins Auf Auf Die Ömne So Jack, mein Freund Du greifst an Oh, du kannst Deinen Wächter rufen Auch wenn du Da ziemlich schwach bist Und du machst deinen Wächter Angriff ohne Rüstung Autsch Das ist Köpfelruhne Das heißt, das ist Cecilia Das muss da nicht Yo, gut Schaden machen Ja, wie gesagt Ich weiß nicht, wie gut der in der RCS Äh Wie viel HP der hat Dürfte aber nicht mehr so viel sein Gut Du machst Beschleuniger Und Meteor Schlag Du Ja Ja